Sie haben nichts Unrechtes getan. Keine Brüder. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generation dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Möchtest du gut? Möchtest du gut? Möchtest du gut? Wir sprechen ein andermal darüber. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!